Regierungsrätin Aurelia Frick hat am 6. Februar ihre österreichische Amtskollegin, Justizministerin Beatrix Karl, zu einem bilateralen Gespräch empfangen. Aufgrund der Aktualität in beiden Ländern war die gemeinsame Obsorge der Eltern Thema des Arbeitsgesprächs. Zudem hat sich Aurelia Frick mit ihrer Amtskollegin über die Thematik des Insolvenzrechts sowie zu aktuellen strafrechtlichen Themen ausgetauscht.